25 Jahre Weihbischof Jaschke, das ist eine lange Zeit. Sie sind der dienstälteste Weihbischof der Deutschen Bischofskonferenz, berühmt aus Funk und Fernsehen. Wie machen Sie das? Man kann nichts dafür. Ich bin einigermaßen gesund oder ganz gesund und stabil, macht mir Freude und man wächst ja auch hinein in seine Aufgaben. Am Anfang war ich wahrscheinlich eher schüchtern, will ich vielleicht immer noch, aber ich überspiele das dann und zeige, wie gut ich bin. Und ich merke auch, dass die anderen dann auch sehr gut reagieren. Wenn man selber offen ist, dann begegnet einem viel Offenheit, auch Fairness. Also ich habe in der Öffentlichkeit, im Fernsehen, mit der Presse eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Einmal eine schlechte Erfahrung mit einer kirchlichen. Erzählen Sie mal, was war da? Das erzähle ich nicht, nein. Da hatten wir vereinbart natürlich, dass ich ein Interview gegenlese und das haben die mir nicht gegeben und haben es einfach so veröffentlicht. Und da waren ein paar dumme Bemerkungen drin von mir und die kamen dann so in die Öffentlichkeit. Hatte das dann Konsequenzen für Sie in der Bischofskonferenz? Nein, nein. Es betraf die Ökumene. Ich habe mich dann entschuldigt natürlich beim ökumenischen Gegenüber und er war auch ein großzügiger Partner und sagte, ja, ja, ist alles vergessen. Aber nochmal, der Journalist hat mich betrogen, hat mir spitzige Fragen gestellt und mir den Text nicht zum Gegenlesen gegeben. Dennoch sind Sie beliebt in Funk und Fernsehen. Sie werden auch immer in Talkshows geschickt. Was war denn so Ihre beste Erfahrung? Also erstmal muss ich sagen, ich werde nicht geschickt. Ich werde gebeten und lasse mich gerne schicken. Ja, ich bin nicht beauftragt von den Bischöfen. Nach Talkshows sagen mir oft bischöfliche Mitbrüder, ja, wir wurden auch gefragt, aber wir sind nicht gegangen. Und das sagen sie manchmal auch so mit etwas maliziöser Miene, so als ob ich mich hervordrängen würde. Nein, das will ich nicht. Aber ich gehe gerne hin und sage, das ist eine Chance, Kirche in der Öffentlichkeit darzustellen. Und wir müssen ehrlich sein, das ist das Wichtigste. Nichts zurückhalten, auch mutig sein natürlich, auch mal uns menschlich zeigen, man kann sich mal aufregen. Aber wirklich ein offenes Herz zeigen, dann begegnet man auch sehr viel Offenheit und Verständnis bei Journalisten. Journalismus ist ja ein gutes Wort. Jour, der Tag, die müssen es an den Tag bringen, was Sache ist. Und mein Motto als Bischof heißt, bis der Tag anbricht. Ein Wort aus dem zweiten Petrusbrief. Also das Licht muss in die dunklen Stellen dringen und wir wollen alle dazu beitragen, dass es mal ein ganz heller Tag wird für uns. Wenn Sie sagen ans Licht bringen, welches Thema für die deutsche Kirche, für die Kirche, katholische Kirche in Deutschland ist für Sie jetzt dran, ans Licht gebracht zu werden? Naja, wir hatten die schrecklichen Missbrauchsgeschichten. Das war wirklich Zeit, dass da Licht hineinkam und es bleibt auch weiterhin die dringende Notwendigkeit, dass nicht irgendwie wieder alte Dinge sich einschleichen. Der Mensch ist nun mal so, dass er viel redet und alles besser machen will und dann kommt er wieder in die alten Spuren. Das wird immer ein Thema bleiben. Generell dürfen wir keine Angst haben vor Öffentlichkeit. Wir müssen offen reden über Geld. Das ist ein Thema, das in der Öffentlichkeit natürlich große Stimmung macht. Wenn es ums Geld geht, da hört die Freundschaft auf, sagen wir. Und die Kirche und das Geld, das ist auch schon ein Reizthema und nicht so ganz Unrecht zu Unrecht. Schauen Sie, Jesus hat zur Armut aufgerufen. Und wenn wir uns die Kirche anschauen, naja, wir sind nicht gerade arm. Wir laufen natürlich von tausend Jahren gewachsen. Wir sind ordentlich mit dem Geld umgegangen, im großen Ganzen. Aber es tut uns eigentlich nicht gut, eine reiche Kirche zu sein. Und der Papst Benedikt, den ich ja ganz gut kenne, hat uns ja in Deutschland durchaus auch gemahnt. Man kann das leicht von oben herab tun. Die Realität sieht auch immer noch anders aus. Aber das Armsein ist eine immer neue Herausforderung, auch für eine Kirche. Wenn wir die Apparate so einrichten, großartige Generalwickajate. Wir sorgen für Arbeitsmöglichkeiten, das ist ja auch was Gutes. Aber wir blähen uns auf wie Großkonzerne. Sie haben den emeritierten Papst Benedikt genannt. Sie haben bei Ihnen ja bei Ratzinger promoviert über den Heiligen Geist. Wo wünschen Sie sich mehr Heiligen Geist auch für die junge Kirche in Deutschland? Den Heiligen Geist, den kann keiner pachten. Den zaubert man nicht aus der Tasche hervor. Man muss das Glück haben, vom Geist angesprochen, berührt zu sein und auch hören und fühlen, was der Geist uns gerade heute sagen will. Das ist nicht so ganz, ganz einfach. In geistlichen Gemeinschaften, in einzelnen Personen, in Menschen, die wir vielleicht gar nicht kennen, die völlig unauffällig leben, wirkt der Geist in Treue, in Verlässlichkeit, in Hilfsbereitschaft, im Aushalten von ganz schweren Situationen, in neuen Ideen. Und der Geist weht, wo er will, zum Glück nicht nur in der Kirche. Nein, nicht nur in der Kirche. Er beschämt uns manchmal, weil die Fremdprophetien von außen, die vom Geist eingegeben sind, uns auch sehr beeindrucken können und müssen. So, und wo wünschen Sie sich den Heiligen Geist für weiteres Agieren? Sie reichen ja, habe ich gehört, oder haben schon Ihren Rücktritt bei Papst Franziskus eingereicht? Ja, es gibt eine Regel, es muss Regeln geben, auch in der Kirche. Mit 75 Jahren muss jeder Bischof beim Papst um Emeritierung bitten. Die Kardinelle mit 80. Also wir reichen den Frühruhestand ein, sage ich immer scherzhaft. Ich habe Anfang September dem Papst geschrieben, lieber Heiliger Vater, der Monat bricht an, an dessen Ende ich 75 Jahre bin. Also ich bitte sie hiermit um Emeritierung. Ich habe meinen Dienst sehr gerne getan, für die Menschen entdeckt, wie liebenswert die Menschen sind, auch in der säkularen Welt Hamburg, die ich ja am besten kennengelernt habe. Ich habe die Ökumene entdeckt und zu meiner Herzensaufgabe gemacht. Der Dialog der Religionen war für mich ganz wichtig. Wir erleben eine neue kirchliche Situation im Norden Deutschlands, das Erzbistum Hamburg, das in der Reformationszeit untergegangen ist von Ansgar mal gegründet. Er steht neu zum Leben. Also das waren alles Erfahrungen, die für mich wichtig waren. Und was wünschen Sie sich jetzt vom Papst Franziskus, dass er verlängert, oder? Nein, der Papst muss gerecht sein. Ich weiß jetzt ja nicht, was er sagen oder schreiben wird. Bislang hat er jedem Bischof, der um Ruhestand gebeten hat, und wir müssen ja darum bitten, dann auch dieser Bitte entsprochen. Es könnte sein, aber was soll ich darüber philosophieren, dass er sagt, du bleibst so lange, bis der Neue, der Nachfolger gewissermaßen als Weihbischof im Amt ist. Das könnte sein. Was wäre dann Ihr nächstes Projekt, wenn Sie sagen, das gehe ich noch an, das brennt mir noch unter den Nägeln? Ich habe erst mal wirklich Angst, in ein tiefes Loch zu fallen. Ich muss aufräumen mit Sicherheit. Vieles hat sich angesammelt bei mir. Ordnung schaffen, das ist, denke ich, ein wichtiges Projekt. Und da muss ich sehen, dass ich mein Leben in gewisser Weise neu erfinde. Neu erfinde. Weiter lese natürlich, Freude am Leben habe, fromm bin, etwas für einen sportlichen Bereich tue, ich wandere gerne, bin Bergsteiger, Schwimmen, Kultur ist nicht unwichtig. Ob ich nochmal große Memoiren schreibe, ich glaube eher nicht, so viel habe ich nicht erlebt, aber ich bin Fachmann für Irenaeus und den Heiligen Geist bei Irenaeus geworden. Vor langen Jahren unter Professor Ratzinger, vielleicht mache ich nochmal was im Bereich von Irenaeus. Aber erst einmal muss ich lernen, mit dem Computer umzugehen. Seit 25 Jahren habe ich ein tolles Büro, Sekretärinnen, Referenten, Referentinnen. Ich kann einfach nur etwas diktieren. Schreiben kann ich auf meiner alten Schreibmaschine Marke Erika. Und damit kann man heute nicht weit kommen. Also ich muss Nachhilfestunden wie in der ersten Klasse in Sachen Computer nehmen. Das heißt, Sie haben sich viel vorgenommen, ein richtiger Neuanfang für Sie dann. Ich muss mich neu erfinden. Und ehrlich gesagt, ich habe irgendwie einen Horror, eine Angstvakui vor einer Leere, die erst einmal kommen wird. Aber das müssen alle bewältigen, die aus der vollen Arbeit kommen. Man fällt erst einmal in ein Loch. Mal sehen, wie tief ich falle. Es soll ja so sein, dass wir nie tiefer fallen können, als Gottes Hände uns halten. Wie schön. Wir wünschen Ihnen dabei alles Gute und Gottes Segen. Danke. Hat mir Freude gemacht. Danke.